Mein Name ist Andreas Eichlepp. Ich bin Produktmanager bei der MANROLAND WebSystems. Meine Aufgabe ist bei der Firma, neue Softwareprodukte zu kreieren und im Bereich der Automatisierung neue Lösungen zu begleiten und durch die Entwicklung zu bringen. Ich bin seit 15 Jahren bei der Firma MANROLAND WebSystems. Wir bauen Offset-Druckmaschinen seit vielen, vielen Jahren. Wir haben die letzten Jahre unser Produktportfolio ergänzt durch digitale Lösungen. Digitale Lösungen heißt, wir arbeiten zunehmend mit digitalen Druckmaschinen und diese neuen Techniken verknüpfen mit Software- und Automatisierungslösungen. Das ist meine Aufgabe bei MANROLAND. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen gestaltet sich eigentlich dahingehend sehr positiv, weil die Arbeiten zusammen angegangen werden müssen. Es sind verschiedenste Fakultäten, die zusammenarbeiten. Es sind verschiedenste Kompetenzen, die alles in ein neues Produkt eingebracht werden müssen und in neue Aufgaben eingebracht werden müssen. Und nur durch diese sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit den Kollegen wird ein Ganzes draus. Ein Grund, warum Kunden zu uns ins Haus kommen, ist, weil wir hier im Hause komplett alle Komponenten fertigen und auch montieren. Und auch hier im Werk vor der Auslieferung zusammen mit den entsprechenden Software- und Automatisierungskomponenten testen. Das heißt, der Kunde kann hier im Haus seine Ware auch nochmal anschauen, kann nochmal sehen, wie es funktioniert, mit den entsprechenden Fachleuten nochmal diskutieren, wenn es irgendwelche Unklarheiten gibt. Und das ist nur eben zu machen, wenn eben hier im Haus tatsächlich auch alles gefertigt, zusammengebaut, ausgeliefert, getestet wird. Dann ist das möglich. Was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne mache, ist in der Umgebung hier von Augsburg, in den Hausbergen von München, die ja sehr, sehr gut erreichbar sind, wandern, einfach an der Natur, an der frischen Luft aufhalten, Bergsteigen. Dann gibt es hier natürlich in Augsburg sehr, sehr viele Möglichkeiten. Mein Name ist Anna Hinlian, ich arbeite bei Manroland Web Systems als Projektmanagerin. Ich bin im Unternehmen seit mittlerweile neun Jahren und zwar durch das Verbundstudium. Das heißt, man macht gleichzeitig eine Ausbildung und studiert. Meine Erfahrung in der Ausbildung bei Manroland war sehr, sehr positiv, weil immer auf die Auszubildenden eingegangen wurde und diese Vielfalt hier im Unternehmen so groß ist. Für mich in meinem Beruf als Projektmanagerin habe ich wirklich mit allen Bereichen auch zu tun. Das heißt, ich muss mich in jedem Bereich auskennen und habe so ein sehr spannendes Feld als Mechatroniker vor mir. Während dieser ganzen Projektphase, bevor eine Maschine ausgeliefert wird, wird ja bei uns im Unternehmen die Maschine komplett gefertigt und auch montiert und in Betrieb genommen. Und in dieser Phase ist es auch mein Job, mit den Technikern bestimmte Dinge abzusprechen, direkt an der Maschine vor Ort. Außerdem gehört zu meinem Aufgabengebiet, dass ich direkt mit dem Kunden vor Ort agiere. Das heißt, ich bin international unterwegs. Meine Projekte sind zum Beispiel in Südafrika, Italien, aber auch Deutschland. Hängt immer davon ab, wohin momentan eine Maschine verkauft wird. Aber es ist sehr, sehr spannend, auch diese anderen Kulturen zu erleben. Und jeder Mensch ist anders und man hat mit sehr, sehr vielen Menschen zu tun. Egal, ob jetzt mit älteren Kollegen, jüngeren Kollegen. Man wird so aufgenommen, dass man super zusammenarbeitet. Und da ist es egal, ob jetzt männlich oder weiblich oder älter oder jünger. Trotz meines jungen Alters wird mir bei Manronet Web Systems extrem viel Vertrauen entgegengebracht. Ich bin als Projektleiterin verantwortlich für diese einzelnen Projekte und habe somit auch Verantwortung oder auch Entscheidungsfreiheit, was diese ganzen Themen angeht. Diese Entscheidungsfreiheit hat hier im Unternehmen eigentlich jeder Mitarbeiter, dass man nicht durch zehn Instanzen gehen muss, sondern dass man wirklich selbst Entscheidungen treffen kann. Bei Manroland hat man durch diese flexiblen Arbeitszeitmodelle immer die Möglichkeit, einfach auch mal mittags rauszugehen und zusammen mit den Arbeitskollegen zu joggen, um den Kopf wieder frei zu bekommen. Oder auch nur gemeinsam essen zu gehen. Die Kantine bietet eine gute Möglichkeit bei Manroland Web Systems, um sich auch auszutauschen außerhalb dem Arbeitsalltag. Man kann sich über private Themen unterhalten, aber auch über geschäftliche in legererem Umfeld. Die Kantine gehört zu Manroland Web Systems selbst und bietet sehr gutes Essen und eine sehr gute Möglichkeit dafür. Augsburg ist nicht nur die Region, aus der ich stamme. Man ist sofort in der Stadt. Man kann zum Beispiel, was ich persönlich sehr gerne mache, in den Stadtmarkt gehen und dort regionale Produkte einkaufen oder einfach die Zeit verbringen. Es ist ein Stück Lebensqualität, die man einfach hier in der Region Augsburg hat.